Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Commentary für zwischendurch. Der gute alte Commanderkrieger hat uns hier die Möglichkeit gegeben, dieses schöne Gameplay von ihm zu kommentieren. Und zwar ist es ein Search and Destroy auf Oasis. Das soll es aber so von meiner Seite zum Gameplay schon gewesen sein. Da ich jetzt nicht so der Pro-Commentator bin, hatte ich mir eigentlich überlegt, mache ich mal ein komplett anderes Thema, so quasi off-topic. Und da mir ein Thema nicht genug ist, habe ich mir überlegt, mache ich einfach zwei Themen. Nebenbei ist gerade Commanderkrieger verreckt. Ja, kommt vor. Jedenfalls so zum ersten Thema. Und zwar habe ich mir überlegt, dass es ja in der YouTube-Szene gibt es jetzt mittlerweile so eine Art Spaltung, möchte man sagen, und zwar zwischen den Kommentatoren und den Let's Playern. Und da frage ich mich persönlich, ob das überhaupt sein muss. Und vor allem habe ich mir die Überlegung gemacht, wo sind jetzt die Vorteile, wenn man kommentiert, und wo sind jetzt die Vorteile, wenn man ein Let's Play macht. Und habe mir da mal überlegt, also als erstes jetzt mal zu den Kommentatoren, dass da halt die Vorteile sind auf jeden Fall, dass man im Nachhinein sehr viel bearbeiten kann. Kann man natürlich als Let's Player auch machen. Aber als Kommentator bietet sich das förmlich an. Man hat natürlich als Kommentator auch x Versuche. Also man kann da meinetwegen an einer Szene, wenn man sie irgendwie verplappert oder so, kann man es tausendmal neu machen. Einige Kommentatoren machen das auch. Oder jetzt meinetwegen, wenn es ganz, ganz schwere Parts sind, dass die einfach zurechtgeschnitten werden, kann man machen. Ansonsten finde ich es noch ein großer Vorteil von Kommentarys, dass man auch wirklich völlig spielfremde Themen mit reinbringen kann. Das ist halt bei Let's Plays immer so eine Sache, dass die da ziemlich komisch rüberkommen können. Obwohl natürlich Minecraft bietet es sich an, da kann man auch das herbringen, ohne Probleme. Da hat man bei Let's Plays allerdings dann die großen Vorteile, dass man die Situationskomik mit aufherfangen kann. Also wenn man meinetwegen in einer super spannenden Szene da einfach voranstürmt und dann voll verreckt, dass man sich selbst dann auslachen kann, finde ich auch sehr amüsant, muss ich sagen. Und bei Let's Plays, die gehen teilweise auch ein bisschen schneller, habe ich das Gefühl, so von der Bearbeitung her. Weil bei Kommentarys muss man erst das Spiel aufnehmen, dann muss man extra die Tonspur aufnehmen, dann muss alles extra bearbeitet werden. Und wenn man seinen Produktionsprozess bei Let's Plays verfeinert hat oder optimiert hat, dass man da auch durchaus das alles in einen Rutsch machen kann. Und heutzutage die Software bietet das ja förmlich an. Da kann man halt bei Let's Plays teilweise auch schneller vorankommen. Aber das waren so im Großen und Ganzen für mich die Vorteile von Kommentarys und Let's Plays. Nun aber zu den großen negativen Aspekten der beiden Bereiche. Und zwar bei Kommentarys ist es mir immer wieder aufgefallen, dass man, wenn man Kommentarys macht, sehr, sehr schwere Karten hat, wenn man kein perfektes Gameplay hat. Also, ich erinnere mich da bloß an tausende von Kommentaren, vor allem bei Commander Krieger auch drunter, so nach dem Motto, ja, wie scheiße spielst du denn oder so. Muss ich gestehen, für meine Verhältnisse, Commander Krieger zockt gar nicht mal so schlecht. Ich muss gestehen, ich bin noch einiges schlechter. Aber, naja, ich finde es halt ein bisschen schade, dass man als Kommentator da wirklich immer perfekte Gameplays abliefern muss. Und das ist der Vorteil bei Let's Plays. Wenn es nicht perfekt ist, kann es trotzdem geil werden. Also, ich würde mal meinen, so Gronkh und Sarazar sind da die perfekten Beispiele dafür. Auch wenn sie nicht die Pro-Gamer sind, Erfolg haben sie trotzdem. Und, ja, und so ist halt so für mich die Sache, dass da Kommentarys dann immer ziemlich schwer sind, weil man halt wirklich perfekt spielen muss. Und bei Let's Plays ganz, ganz großer Minuspunkt ist, dass man da wirklich sehr stark Multitasking-fähig sein muss, weil gerade jetzt irgendein etwas schwereres Spiel zu spielen und nebenbei noch perfekte Grammatik an den Tag legen, perfekten Skill und allem drum und dran und nebenbei noch quatschen, ähm, das ist weit leichter gesagt als getan. Also, ich kann es bloß jedem empfehlen, macht das mal, probiert es und hört es euch danach an und am Anfang garantiere ich euch, die ersten paar Versuche werden voll nach hinten losgehen, es sei denn, ihr seid ein absolutes Naturtalent. Aber da hat halt der Kommentator den Vorteil, er muss sich immer bloß auf eine Sache konzentrieren. Auch sehr, sehr vorteilhaft. Aber jetzt noch zum letzten Punkt und zur Überleitung zum nächsten Thema und zwar bei Commentaries, dass halt das Gameplay an sich perfekt sein muss, ähm, finde ich persönlich, ähm, ja, wie soll man es sagen, ähm, ziemlich schade. Ja doch, das trifft eigentlich eher genau. Das, ähm, so hat ein Commentator halt teilweise keine Chance, wirklich gesehen zu werden, wenn das Gameplay nicht gleich von vornherein ein 300 zu 1 ist oder ähnliches. Ähm, finde ich sehr schade, aber da ist hier gleich mein nächstes Thema, ähm, wieso muss, ähm, es immer perfekt sein? Beziehungsweise, was ist eigentlich perfekt? Ob es jetzt Commentaries sind oder Let's Plays, ist jetzt mal absolut dahingestellt. Aber was ist eigentlich das perfekte Commentary oder das perfekte Let's Play? Was muss man dafür haben? Ist für mich so die ganz, ganz große Frage, weil ich der Meinung bin, wirklich perfekt ist nichts. Also, natürlich, es gibt so ein paar Commentaries oder ein paar Let's Plays, wo ich der Meinung bin, okay, die sind ziemlich gut, beziehungsweise die sind sogar Oberklasse, überdurchschnittlich, mega geil, wie auch immer man es nennen möchte. Aber wirklich perfekt ist es eigentlich nie. Weil im Endeffekt, es ist so ziemlich unmöglich, ein perfektes Gameplay abzuliefern. Das würde bedeuten, dass man meinetwegen hier Spiel XY auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad beim ersten Versuch sofort, ähm, perfekt hinbekommt. Ähm, das glaube ich, beim ersten Versuch schafft das keiner. Ähm, hinzu kommt noch, dass das, ähm, gesprochene Wort, beziehungsweise das Kommentar oder das Live-Kommentar, dass das perfekt sein muss, dass das hier perfekt ausformuliert sein muss, perfekte Grammatik, perfekter Redefluss und vor allem dann noch der ganz, ganz große Knackpunkt, der definitiv nicht perfekt sein kann, ist die Stimme. Ähm, natürlich, es gibt ein paar Leute, die haben eine sehr, sehr gute Stimme, die dafür wirklich hervorragend reinpasst. Aber, wenn man mal ehrlich ist, jeder mag eine andere Stimme am liebsten. Und so gibt es eigentlich nicht die perfekte Stimme. Weshalb man im Endeffekt es so oder so nie jedem recht machen kann. Und da muss ich ganz klar sagen, es ist schade. Und man sollte seine Erwartungen an einen Let's Player oder an einen Kommentator nicht zu hoch packen. Weil im Endeffekt wirklich perfekt ist keiner von denen. Sind ja schließlich alles nur Menschen. Und ich habe das Gefühl, dass manche Leute das ein bisschen vergessen. Und genau deshalb wollte ich diese Themen halt aufgreifen, weil ich die auch von einem größeren hier Let's Player oder Kommentator noch nicht gehört habe, muss ich sagen. Oder nur ganz, ganz am Rande. Und da komme ich jetzt auch noch zum letzten Punkt, was mich mal interessieren würde oder beziehungsweise was mir aufgefallen ist. Ähm, macht euch mal den Spaß und guckt euch von Commander Krieger oder von Gronk, Saraza oder wie die ganzen großen Let's Player und Kommentator heißen. Da gibt es ja mittlerweile ziemlich viele. Aber macht euch mal die Mühe. Guckt euch mal so die ersten Videos an und dann die neueren Videos. Und vergleicht einfach mal, wie stark sich diese diese YouTube-Berühmtheiten, möchte ich sie jetzt mal nennen, wie stark die sich verändert haben. Und da wird eigentlich deutlich, dass Übung macht den Meister. Gerade bei Gronk sind es mittlerweile über 3000 Videos. Bei Commander Krieger ernährt sich der 1000-Videomarke, wenn ich hier richtig bin. Da hat er genügend Übung. Und da bin ich der Meinung, gibt auch Anfängern Let's Player eine Chance. Ich selbst bin noch relativ jung dabei. Aber ich finde, jeder hat eine Chance verdient. Und nicht nur für ein Video. Und damit wäre ich raus. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin. Ciao, ciao.